Bundeshaus-Briefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Das ist Bundeshaus-Briefing Nummer 45 vom 8. März 2024. Hier erfahren wir kurz und knapp, was nächste Woche in Bern läuft. Das ausführliche Briefing findet ihr auf nebelspalter.ch. Unten verlinkt die Möglichkeit, dass ihr es abonnieren könnt. Dann können wir das immer am Freitag rüber. Weil die ausführliche Fassung gibt es erst am Samstag. Irgendwo durch ein bisschen zu spät, oder? Gut. Darum geht es nächste Woche in Bern. Es geht um eine Lockerung des Umweltschutzgesetzes, damit mehr gebaut werden kann. Es geht um das nächste CO2-Gesetz, wo das Gas eingespart werden kann. Es geht um Asylpolitik und Kriminalität rund um die Bundesasylzentren. Ein Problem der letzten Woche. Und dann geht es auch noch um die WHO und ihren Pandemievertrag. Das gibt es zu reden. Ja, diese Woche hat man in Bern vor allem darüber geredet, woher soll das Geld kommen, das die 13. AV-Rente finanzieren soll. Und da gibt es eigentlich nicht so viele Varianten. Es gibt eine Erhöhung der Lohnabzüge. Das ist das, was die Initianten toll finden. Eine Erhöhung um insgesamt 0,8 Prozentpunkte. Das würde langen. Das bringt die 4 Milliarden, die es braucht. Das ist nicht das Geld, das es braucht, um die AV-Langfristung zu ernähren. Aber im Moment würde es langen. Dann eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, die ist auch möglich. Aber das würde bedeuten, 2 Mehrwertsteuerprozent mehr. Das ist mehr als man je seit der Einführung der Mehrwertsteuer 1995 erhoben hat. Damals war sie 6,2 Prozent. Heute ist der Normalsatz bei 8,2 Prozent. Und dann gibt es auch noch die Variante, im Bundesbeitrag etwas zu machen. Der Bund zahlt heute 20,2 Prozent der Ausgabe der AV. Wenn er wirklich langfristig die AV finanzieren möchte, dann müsste er seinen Anteil auf 31 Prozent steigern. Und er müsste an sich 7 Milliarden im bestehenden Bundesbudget auftreiben. Jetzt kann man sagen, ja gut, das Bundesbudget ist eh viel zu gross. Da lässt sich sicher etwas bringen. Ja gut, am Schluss wird sich ein Kompromiss geben. Da bin ich überzeugt. Und entscheidend ist, dass die Bürgerlichen hart bleiben und insbesondere beim Bundesbeitrag Sparmassnahmen vorschlagen, die vielleicht links-grün, wo jetzt Gunnenhändler am letzten Sonntag auch ein bisschen wehtun. Ja, was nächste Woche aktuell wird, das Umweltschutzgesetz und das CO2-Gesetz. Der Ständerat hat das Umweltschutzgesetz so gelockert, dass mehr gebaut werden kann, auch an Orten, wo es Lärm gibt. Das ist der grosse Zahnkapfel. Und links-grün sagt, dass das überhaupt nicht geht. Am Schluss geht es um die Frage, ob der Staat tatsächlich das Bauen in Gebieten mit Lärm verbieten will, auch wenn es Bauprojekte gäbe und Menschen, die dort gerne leben wollen. Und ebenfalls umstritten ist die sogenannte VOC-Abgabe, eine Lenkungssteuer auf Lösungsmittel in Farbe, Lack- und Reinigungsmittel. Die gibt es seit dem Jahr 2000. Die ist relativ erfolgerlich gewesen, weil die Verwendung von diesen Mitteln ist um die Hälfte zurückgegangen, aber seit ein paar Jahren geht sie nicht mehr zurück. Und jetzt beantragt eine Mehrheit in der Kommission, diese Abgabe zu strieren. Die Kantonslobbyisten sind dagegen, und zwar aus einem ganz perfiden Grund, weil von dieser Abgabe kassieren sie ein bisschen etwas, um ihre Beamten zu finanzieren. Und das wissen alle, das geht natürlich nicht. Da müssen sie lobbyieren, dass sie weiter die Kohle überkommen. Am Mittwoch geht es um die letzten Differenzen beim CO2-Gesetz. Der Ständerat hat letzte Woche, das finden wir toll, die Quoten für die Reduktion vom CO2 im Inland rausgekriegt. Und auch die Reduktion der Emission bei den Neuwagen will er nicht jedes Jahr kontrollieren. Und die Förderung von Ladestationen, eine klassisch private Aufgabe, will er nicht mit 20 Millionen Franken pro Jahr finanzieren. Und jetzt sind wir gespannt, ob der Nationalrat auf das einschwenkt oder ob er hart bleibt. Was auch noch Thema wird nächste Woche, ist die Asylpolitik von Beat Jans. Am Mittwoch geht es im Ständerat um letztlich die grossen Probleme, die in den letzten Wochen, wahrscheinlich Monate, bei den Bundesasylzentren auftaucht sind. Es geht um den Zugang zum Arbeitsmarkt, um eine Migrationspartnerschaft, um eine Kostenbremse, ganz tolles Wort, im Asylwesen. Das ist die Finanzkommission, die das beanträgt. Und wir sind gespannt, ob Beat Jans die erste Debatte über seine Asylpolitik übersteht oder ob irgendetwas hängen bleibt. Eine Motion von Werner Salzmann, Ständerat von Bern. SVP fordert eine Rückführungsoffensive und die Ausschaffung von Straftätern. Und sogar Beat Hurni, der Rat aus Neuenburg, er findet auch ganz schlimm, was rund um die Bundesasylzentren von seinem Parteikollege Beat Jans alles passiert. Wir werden sehen, was dort passiert. Auf nebelspalten.ch kommen wir das mit über. Ja, auf welche Politiker ich nächste Woche achte? Einerseits auf die Nationalräte der Mitte, ob sie den Erlockerungen im Umweltschutzgesetz und vor allem der Streichung von dieser Lenkungsabgabe, von dieser erfolgreichen Lenkungsabgabe, ob sie da mithelfen. In der Kommission sind sie dafür gewesen, aber ob die Partei mitmacht, das weiss man bei der Mitte nie so genau. Und dann, ob es beim CO2-Gesetz ebenfalls die Mitte da wieder mitmacht, wenn es darum geht, dass man da nicht einfach dort CO2 kompensiert, wo es am teuersten ist, sondern dort, wo es am meisten bringt. Dann schaue ich auf den Bundesrat Beat Jans, wie er sich in den Asyldebatten macht, und auf die Bundesrätin Elisabeth Baumschneider, weil das nächste Woche auch noch Thema ist. Die WHO und der Pandemievertrag, da nimmt mich Wunder, ob sie die gleiche Taktik macht, wie ihr Vorgänger Alain Berset, ob sie einfach sagt, ja, ich muss schauen, irgendwann, der Pandemievertrag, den müssen wir beurteilen, wenn es auf dem Tisch liegt, das ist alles noch nicht der Fall. Solche Abwiegelungsstatistik nimmt mich Wunder, ob das sie auch macht, oder ob sie vielleicht reinen Wein schenkt, dass da etwas unterwegs ist, mit Softlaw, wo durchaus ein Problem darstellen könnte. Das ist es gewesen, Bundeslustbriefing kompakt als Podcast. Die ausführliche Variante findet ihr wie immer auf nebelspalter.ch oder ihr könnt sie abonnieren, sodass ihr sie jeden Freitag am halben drei direkt in eures Postfach überkommt. Ich wünsche eine gute Erholung über das Wochenende und dann eine liberale, freiheitliche Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Alles Gute. Bundeslustbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.